Ich sehe gerade, ich kann nur noch 988 Stunden aufnehmen. Das ist heftig. Wisst ihr noch ein bisschen annehmen, die Einzige, die den Kalibrierungstest bestanden haben. Nein, kein Fall. Ähm, Lars, einfach mal so aufs Jux. Prost. Ja, ein F-Wort, was erlaubt ist, oder? Ja, dafür hast du das S-Wort gesagt. Aber keine Sorge, ihr führt. Oh, Mensch. Man hofft irgendwann, dass es besser schmeckt, ne? Man kann sich ja Getränke schön trinken. Nein, ich hab zweimal das S-Wort gesagt. Ey, ist doch nicht wahr. Ich wollte jetzt einmal witzig sein und hab's direkt verkackt. Ja. So sieht's mal aus. Willst du fliegen, oder soll ich? Ich will fliegen. Ich will fliege. Diesmal hol ich mir einen Strohhalm. Da oben ist ein Knopf, den du drücken musst gleich, ne? Also, auf Achtung. Höh, höh, Knopf. Wo ist der Knopf? Ich seh nix. Der ist so ein... Ich schon gedrückt? Nein. Hä? Guck dir das da oben jetzt mal bitte an. Ach, hinten komm ich raus. Da kommst du raus. Ah, weiter, wie musst du hier da hinfallen? Muss ich dann so fallen? Hä? Voll. Ich muss ja, ich muss ja da raufgucken gleich. Das war voll geil. Achso. Genau. Jetzt hab ich ne. Oh, oh, oh. Oh Gott, der ist auch noch über Zeit. Wo ist das? So geht das. So geht das. Da muss das Level mal vorher angucken. Ach, du musst mich nochmal hier hinpacken, ne? Ja, ja, jetzt bin ich auch gerade. Gut, dass wir die Lage schnell und einfach gecheckt haben. Ja, vor allem so vor, ne? Ja, wir sind ja nicht von vorgestern. Nee. Und jetzt und jetzt? Was machen wir doch? Achso. Och, Flo. Ich fahre nochmal, ich fahre nochmal. Du musst den anderen auch, weil dann seid ihr jetzt auch noch mal drücken. Das schaffe ich, das schaffe ich. Ja, und jetzt hast du es nicht? Wie nicht? Doch, da, 3, 4, 9, 11, 4, 2, 1, 2. Was? Keine Ahnung, was ich noch mal hatte. Wieso hast du meinen Ball runtergeschubst? Da war viel schöner als meiner. Da war viel schöner als deiner. Die Effekte. Deine Bälle sind viel schöner als meine, alles klar. Nein, 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 nein. Das war weiter. So. Ha. Was machst du jetzt Bitch? Weil ich nehme mal so einen Ball mit, mal gucken, was passiert. Ich glaube, die sind die Energiefelder wieder kaputt. Und Schiss. Oh Mann, oh Mann. Nee, nee, der doch ist er da. Ah, jetzt soll ich. Ich bin so witzig da in deiner coolen Röhre, ne? Guck mal, ich kann reinkommen. Wop, bist du so weit. Nee, die Rückenweil bitte. Sie steht schon mal im Rücken an der Wand. Die Rücken an der Wand? Ja. Gut, dass Nico nicht mitfeiert. Ich glaube, der Wetter 1-Titel, der so nix sagt und dauernd das Spiel durchspielt. Äh, das hätten wir aufnehmen müssen, Mann. Das ist schon mal so. Da rülpst du hier und wir nimmst gar nicht auf. Keine Sache. Gut, dass wir ein Spiel in Let's Play mit Anspruch machen. Ich wusste, er wird es nicht, ist hier, wo ich war. Mach das nochmal. Ich interessiert das, was draußen passiert, gar nicht, oder? Jetzt fühlt sich cool da oben, ne? Ja, lach du mal, du Affe. Ja, da ein Portal hin und da ein Portal hin und da ein Portal hin. Her. Wow. Pepper. Yeah. Ich kann fliege. Abelieb. Du hast jetzt klar. Du fungst immer so, hast du den Futschloss oder so? Autsch. War wohl nichts, war? Und Schiss. Aua! Warum ist mein Portal weg? Du Lappen. Du musst mir jetzt helfen. Du hättest mich gegen das werfen müssen und dann hier ein Sinn machen sollen. Ja. Jetzt ist aber doch, weil ich jetzt wieder zurückkommt. Ja, weil mach doch jetzt auch. Mann. Ja, tschakka. Okay, und jetzt muss ich, glaube ich... Nee. Du musst jetzt hier hoch. Ja, wie denn? Lass mich denken. Oh mein Gott, das ist einfach nicht der Zustand, den man denken sollte. Du gehst, geh wieder durch, geh da durch, geh da durch. Jetzt hüpft sich mein Blausportal. Ah, P-Wort. Da komm ich gar nicht ran, du Idiot. Oh doch, warte, warte, komm ich ran. Die hier erledigt war. Oder auch nicht, schade. rund Prozent diese Fächer genommen durch hier ab ich kann hier st warte war ein weiterer das ist wesentlich der oder Röntgen Feder discernil ja Alter. Ich mach da mal die Portale hin, ne? Das wär voll die geile Idee, ey. Ernsthaft jetzt. Was ist das P-Wort gesagt übrigens? So. Und das S-Wort. Warte, jetzt kannst du rüber. Ja. Ja, ich weiß doch, wo der Affe hängt. Tschüss. Kommst du? Ich kann doch nicht, du Lutscher. Dann musst du mir jetzt irgendwie hier ein P setzen. Und da oben. Hier da oben. Ne, Quatsch. Hab ich hier nicht noch irgendwo so eine Fläche zu zeigen? Ne, natürlich nicht. Dann musst du mich ernsthaft für den beiden. Also, kann ich hier rauf zeigen eben? Mit F geht das. Mit F, ja. Ich hab nur mal Q drinnen. Achso, hier. Ach, ich muss einfach da raufpointen oder nicht. Was? Hä? Schön, dass ich dich verwirren kann. Okay, und wo ist jetzt, äh, dein gelbes? Ach, das hier hin. Ich hab noch kein gelbes. Da hin? Hier, ja, genau. Das bringt, glaube ich, gar nichts. Ne, der Schöntel. Toll. Das ist wieder voll eine blöde Idee, Lars. Das müssen Sie ganz schön Mist jetzt noch mal machen. Ne, warte. Nein, oh, ich weiß es. Bevor ich durchziehe, muss ich. Genau, du musst da nicht das blöde. Oh, La Meere. Parasite. Bringst du dich jetzt um? Ne, du hast mich anders geschafft. Jawohl. Und jetzt musst du... Das eine da lassen. Ich kann gar kein Schlag, ich muss das hier tun. Ja, dann komm erst mal rüber. Stimmt, du musst ja, genau. Mensch, ey. Du denkst doch auch kompliziert. Und jetzt? Ihr hüpfst. Muss ich da einfach mal machen, oder? Bitte. Das P-Wort gesagt. Ich sollte dann mehr mit drauf achten jetzt. Bitte. Jetzt muss ich da sein. Hüpfst einfach auf das Ding und hüpfst durch mein P. Ja, warte ab. Ja, du bist genau. Und jetzt? Jetzt kommst du zurück. Ne, geh immer wieder auf andere Seite. Ja, 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 logisch, logisch. Mann. Alter. Alter, Mann. Tja, zack. Like a boss. Hat aber auch lange gedauert, ey. Ja, ey, wenn du so lange brauchst. Ah. No. Da rauf. Hup. Hupf. Woher komm ich hier? Die anderen? Du doch, ne, dann hüpfe ich jetzt eben. Ach so, ach so, das muss ich so machen, alles klar. Ich will das nicht machen, aber da keine Decke war, weiter. Jetzt weg hier ist das wahrscheinlich wieder zu. Wahrscheinlich, ja. Ah, wer? Äh, warte mal gerade. Genau, jetzt auf das Katapult. Können wir mal gucken, was lasst jetzt mal. Genau. Ja, hey. Wieso? Jetzt musst du wieder... Ne, machen wir das hier jetzt. Wo bist du denn? Ich hab mich hier komplett eingesperrt. Ja, wieso, ein Affe? Ja, was willst du überhaupt machen? Ach, da oben ist ein Kubus, da müssen wir ran. Und darüber kommen wir? Na, hier sind so dahin und hier. Dann kommst du auf die andere Seite rüber. Und da muss man wahrscheinlich irgendwie reinfallen. Ja, so. Lass mich jetzt bitte erstmal... Du kannst mich hier da nicht rauslassen, oder? Ne. Warte, hier. Okay, ich hole mich da gleich raus. Moment. Ich hab da jetzt voll im Plan. Ich bin ja Ingenieur. Oh, ich hab's vergessen. Hier muss einer stehen. Komm mal raus da. Ich hab' ich, danke. So, nun? Du musst jetzt hier dich hinstellen, oder du kommst... Du bringst den Würfel zu mir, der liegt da hinten. Danke. So, anstrengend mit dir. So, jump schon mal bitte durch. Hast du nichts bei der letzten Peer-Wort getrunken, hast du nicht, ne? Keine Ahnung. Vielleicht wäre das so. Weeeeee. Ach nee, das war's falsch. Voll kacke. So, jetzt. Das war so sinnvoll wie das Fundbüro in Polen. Mach' wir'n jetzt. Ja, ja, ja. Also ist er jetzt durchhüpfen, oder wie? Ja. Was machst du da und da im Portal, bitte? Wohne, da und? Da und daneben. Genau. Okay. Kommst du da wieder durch? Nee, wie denn? Durch das... Durch das da unten. Kommunizier mit mir. Nee, jetzt ist das hier weg. Guckst du mal hier da so hin? Du bist so doof. Warum denn? So, jetzt bitte durchspringen. Ach, da durchspringen. Ja, 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 ja. Das ist auch blöd. Wie denn ihr nach dem kleinsten Erfolgserlebnis schlachsinnige Freudentänzer aufführt. Menschen, und genau so seht ihr gerade aus. In euch steckt mehr. Weißt du, wie die alte klingt? Ein bisschen nach Schlotte Rouge. Wenn sie ihre Bücher vorliest. Feuchtgebiete und so. Die klingt genauso. Ja? Wahrscheinlich ist das die. Prost. Ja, Prost. Parfade. Darauf ist mein herzliches Portale. Oh. Bitte? Die was? Die Uhr. Ach, was die Uhr sagt. Wir nehmen 46 Minuten auf. Was sagt die Uhrzeit? Wie steht wir das jetzt haben? Ach, die richtige Uhr. Ja, 10 Uhr haben wir jetzt. Oh, das geht ja. Und drei ungelesene Nachrichten meiner Freundin. Das haben wir da jetzt auch jetzt geklärt. Und Nico wollte übrigens um halb neun nach Hause. Nico ist immer noch da. Ja, jetzt... Sag mal, hallo, Nico. Hallo. Richtig. Hallo, hallo, hallo. Ich mag es nicht, was wir bei den Nationalen kommen und ich das Mikrofon an den Mund halten kann. Mikrofon. Das reimt sich auf... Nein. Benehmen wir uns. Was machen wir denn jetzt? Ich bin voll überfordert. Wo kam ich überhaupt her? Ich muss jetzt hier gerade erst mal... Was machst du denn da? Oh Gott. Oh Gott. Ah, ach so. Gut, ja. Boing. Ich habe es voll nicht gecheckt, was du gemacht hast. Aber du bist, glaube ich, gerade... Hast du vergessen, Portal zu schießen? Ich habe das P-Wort gesagt. Jetzt hätte es zu sich gekommen müssen. Nein, du hättest das schießen sollen, während du fliegst. Wo habe ich denn mal ein anderes jetzt? Weiß ich nicht. Auf rechtsklick. Ne, wo ich das... Das andere Portal hatte. Also, ich habe jetzt ganz mal was probiert. Ähm, mach da mal bitte ein Portal hin. Ach, nee, warte. Ich muss erst mal hier... Wie viele Wörter auf der P anfangen? Entschuldigung, ja? Oh, verdammt. Ja. Ja. Tee. Oh, 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 oh. Da war ein Katapult. Ja. Das hättest du mal was sagen können. Ich dachte, du hast gesehen, wie ich geflogen bin. Ja, aber ich habe nicht gecheckt, dass da ein Katapult ist. Okay, also. Er hat ja aber recht dann können, dass da irgendwie ein Trampolin... Bevor du da jetzt gleich raubspringst, musst du es dahin so... ...krieg machen. Okay, habe ich. Dahin. Okay. Und jetzt wartet bitte erst mal. Wie du stolz hier ist, naja, das sieht so affig aus. Okay, ich vertraue dir jetzt, ne? Nee, warte mal. Das bringt überhaupt nichts. Oh, doch, klar. Alter, was zweifelst du an der Sache? Was ist passiert? Nichts. Die haben Würfel gekriegt, der jetzt gerade hinterher ist. Wo fliegt der denn jetzt lang? Die hinterher, glaube ich. Ach nee, wo ist der denn jetzt? Da unten auf dem Boden. Auch da unten. Ich weiß, ich weiß. Ich auch. Ich wollte sie nur zeigen. So, tschüss. Ah nee, kacke, man, dafür nur zu zweit durch. Dann hole ich dich jetzt hier hoch. Hast du da eine Portale noch da? Ja, eigentlich müsst ihr die noch haben. Ja, denn... Äh, ja. Das habe ich aber ein Problem. Warte, ich kann die jetzt aber hier rauf machen. Ah, gut. So. Ne. Guten Abend. So. Komm zu Papi, komm zu Papi. Yeah, jetzt ist es zu kommen. Ja, 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 ja. Yeah, ja. Affe. Sagst du, was? Yeah, das sage ich. Hier, Knopf draufdrücken. Yeah. Die kleine Skit. Ich will den Knopf drücken. Das finde ich viel besser. Ich muss schon mal den Würfel. Ach nee, das finde ich nicht. Shit. Oh, voll cool. Ich will das auch machen. Hier. Ist das irgendwas? Achso. Gut gemacht. Das haben wir toll gemacht. Und da fliegt der Würfel. Der fliegt aber nicht so gut. Alles läuft wunderbar. Verarsch uns nicht, ey. Wo ist denn der Würfel her? Ach, da fehlt auch so ein Katapult. Ach, du musst den... Ah, jetzt verstehe ich. Du musst da reinhüpfen. Jetzt. Nee. Doch, du musst ihn einfangen, während der... Äh, ja, ich habe jetzt hier gerade sonst problemisch. Du sollst den Würfel auffangen, warte. Ja, ist richtig so. Du hängst gleich den Würfel auf, wenn du durchs andere Portal fliegst. Jetzt, jetzt. Ah, okay, okay, nochmal. Der fliegt aber über mich rüber. Den kriegst du aber. Jetzt. Nee, der wird spät. Umso mehr du machst, umso schneller geht's kaputt. Mach mal jetzt. Immer geht's kaputt. Okay, jetzt, 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 jetzt. Shit. Was hat sich das denn geschafft? Jetzt hat er mich gerade getroffen. Jetzt bin ich nicht kaputt. Ist das überhaupt noch wissenswertig? Halt dein Maul, die gute Zille. So. Das ist voll die Dumme. Okay, das geht also nicht. Doch, das geht. Aber ich habe dich gerade nur ein bisschen doof angestellt, ja. Ich weiß ja nicht richtig. Zille. Jetzt. Ich bin immer falsch gedreht, ist das Problem. So, jetzt. Falsch gepolt. Ich glaube, man war das komplett falsch. Das Problem ist, dass der mich immer wieder dreht. Yay. Oh, das hast du mal auf. Auf das so. Aber das geht bestimmt auch andersrum. Warte mal. Ich will mal auf Putzen machen. Was ist denn noch? Ich will tanzen, Tauern. Oh, wie kreativ ein Robo-Date. Hier, da kommt der. Da kommt der. Oh, der hätte ich noch gekriegt. Ich musste das irgendwie anders machen. Aber das kann ich nicht. Jetzt. Komm, 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 komm. Ich hätte das, was so richtig ist. Ja, wie soll das sonst sein? Wie gesagt, das Problem ist, dass der mich immer wieder dreht, ey. Jetzt. Ach nee, ich bin zu spät. Das war richtig, das war richtig, richtig. So. Jetzt, äh, es ist so. Yay. Jetzt muss ich hier nur noch irgendwie runterkommen. Warte, ich lasse dir gleich fallen. Nein. Nein. Nein, du Affe. Nein. Jetzt habe ich hier so ewig lang gewartet und du wirst dann einfach entmüllen. Das ist doch wohl nicht wahr. Nein. Das ist gut, ey. Jetzt wissen wir, wie es geht. Okay, weiter. Ich drücke sowieso. Das war irgendwie lustig. Der war super lustig. Ich möchte mal, du wirst jetzt in Übungen, aber. Soll er auch wieder zu, oder doch noch. Yeah. Jetzt klappt das jetzt auf einmal zwei mal miteinander und wird eben. Was soll das denn? Ich war das nicht. Wir haben auch nichts gemacht. Nee, das hat euch das Review nicht gemacht, das. Ich drück schon mal den Knopf. Alter, ich muss die Portale jedes Mal neu setzen. Ja, lass mich doch den Knopf drücken. Ich mach doch eben nix anderes zur Zeit. Bezuspringen, ich springe du mal, Alter. Ich bin nur noch klein und runde und unterlandiert. Du passt aber vielleicht besser durch dieses Portale durch. Du hast schon jetzt dreimal wieder P-Wort gesagt. Vergiss nicht, warum wir spielen. Also trinke. Nicht, 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 nicht. Hab ich ihn doch überhaupt entspannen. Ja, ich bin entspannend, ich sagte. Wo bist du hin? Wieso fliehst du jetzt zurück? Achso. Du willst ihn da absetzen. Weil wir es da machen, hinmachen. Weil wir es uns jetzt da machen. Kommst du auch zurück, oder? Naja. Du musst jetzt so wie es deine drei P's trinken. Oh, ich muss zweimal das P-Wort nehmen. Oh, das stimmt nicht. Hat der Tanz irgendwelche Auswirkungen auf euch? Ah, mein Gott. Dann müssen wir ein neues Glas, der mal voll machen. Neues Glas, der mal. Richtig lustig. Richtig lustig. Richtig lustig. Musik. Musik. Du bist das beste Roboter-Modell, dessen Entwicklung Aperture-Signal, die eingestellt hat. Ich stehe doch nicht. Ah, aber ein Vieh. Aber wundert mich auch gar nicht, ne? Wow. Oh. Ah, da mehr. Ach, wir müssen uns gleichzeitig auf die Fresse schlagen. Wo fliegt das denn jetzt hin? Achso, da ist auch ein dick, eine fucking... Meistens da, wo der... Jajajajaja. Und hier. Okay, los geht's. Bei drei. Eins. Zwei. Ja. Kreuz, ne? Da. Ja. Da hat irgendjemand wieder zu lang gebraucht. Das ist so geil, wie du läufst. Mensch, nein. Oh, mein Gott. Alter. Hast du das gesehen? Nee, ich fand den Kopf knackert. Wow. Was ist ja... Oh Gott. Wow. Nein. Er ist gestorben. Nee, das war neu. Denk dir nicht. Alter, aber ähnliches, Mann. Wobei denn? Geh weg da. Das bringt nichts. Du musst das zurück machen. Da hast du schon Anklang gefunden. Warte, bis jetzt. Warte, warte, warte. Ah, nee, warte. Du musst dich umdrehen. Nein. Doch, denn... Du musst das Portal durchgeben. Guck mal da hinten, was da passiert ist. Oh, da geht ne... Da geht ne... Weil die... So, warte. Ja, okay. Okay, okay. Und jetzt? Ich weiß nicht, was da oben ist. Nix ist hier. Tod bist du. Zum Abschluss dieses Tests muss man sich nicht zermalmen lassen. Ja, siehst du, ich sag das sogar extra und du machst das trotzdem. Das habe ich richtig. Mach. Ja, jetzt ist das Ding wieder oben, aber... Das Port-Ding. Jetzt geh rauf! Was soll ich denn da machen? Keine Ahnung. Hast du gerade gepupst? Ich weiß nicht, wen ich lieber war. Oder war das Nico? Ich weiß nicht, wen ich lieber war. Oder war das Nico? Oder die Montageeinheit, die euch neunnotiert, damit ihr wieder zermant werden könnt. Die Ratschläge sind so voller Hass, ey. Mach du mal hier bitte deine Portale hin. Wo ist da und da, wo ihr jetzt meine sind? Okay, du hast das P-Wort gesagt. Ja. Achso, machst du den Würfel gleich nochmal fertig und zersto? Ja, ja, mach ich. Und du hast das P-Wort trotzdem gesagt. Ja, ja, ich bin dabei. Du musst laut T-Worten, damit andere das auch hören, dass du da dran bist. Okay Lars, bist du bereit? Immer. Ich denke auch. Das heißt meiner Geburt. Weil ich... Ich habe mich gerade so erschrocken. Da kam ein Tropfen mit. Ähm... Ja... Ja... Das Wasser reicht. Hier oben muss das drehen. Ja, ich habe hier diesen Knopf gedrückt. Da oben gehen. Äh, hups. Da kann ich sogar sehen, was du machst. Ja, ich habe den hier oben gedrückt. Ich glaube, jetzt geht die Sänger aus. Ne? Wie du siehst, das geht jetzt, ne? Ach, komm, die Stamper sind aus. Ah, okay. Ich glaube, wir brauchen trotzdem noch den Würfel. Nö. Brauchen wir nicht. Doch, bring mal mit. Ne, brauchen wir nicht. Und gleich brauchen wir ihn doch. Dann hast du gesagt, wir sollten nicht mitbringen. Oh, da passiert was. Ja, das war ich. Ich habe das gehighlighted. Ja, dafür wäre nicht gut genug. Alter! Hm, wie kommt man denn jetzt hier raus? Oh, da muss rauskommen und Portale setzen. Das ist nicht. Aua, aua, aua. What the fuck? Was auch macht diesen blöden Laser weg? Letztes mal dein Portal und dann gehst du durch die Tür. Oh, da hinten, der dringend kann ich keine machen. Hier musst du eins machen. Okay. Jetzt gehst du rein und drückst du rein. Da ist da schnell ein Knopf. Hier ist kein Knopf. Kann ich da nicht durch? Nein. Aber ich sehe dich doch. Ne, ich sehe dich auch. Aber... Mach nochmal den Knopf an, bitte. Ich gucke mir gerade was aus. Ne, das kann doch nicht gehen. Ich gucke mir gerade was aus. Ich könnte... Warum kann man denn überall Portale einsetzen? Da muss irgendwie machbar sein. Was zieht jetzt bei dir da irgendwie noch was mit, ne? Bei dir passiert jetzt nichts, ne? Schal. Ja, aber den kann man nicht noch viel machen. Was? Entschuldigung, das sollt ihr mich. So auch schon sind. Bis nach oben. So ein Katapult. Hast du das gesehen, ja? Ja, hier. Auf anderem Seite, ne? Ja. Das weißt du, ey. Da sind wir durchgekommen, ne? Deswegen sind wir, ne? Ja. Ah, ich vergesse, dass da das Portal weggeht. Das P-Wort, nein. Ah. Da kann man doch irgendwie reinkommen, weil da muss ich dagegen kommen, boing, dann geht ich durch das Tor, und dann... Ja, denn, also mit dem Teil bin ich an den Knopf angesprochen. Ach so, da bist... Ach ja, stimmt hier. Oh mein Gott. Der ist jetzt ja an, deswegen sind jetzt ja die, die, die stoppt mal weg. Aus und so. Okay, okay. Das wird voll ernst jetzt hier, ey. Ich kann es nicht mehr so rumalbern leben, ein bisschen hier zack zack sein. Aber wir können auch nicht beide so doof sein und dann jetzt hier durchkommen, oder? Das ist echt nichts, wo du irgendwie ein P an die Wand werfen kannst. Ne, ne, geh rein. Ge, 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 ge. Schwimmst du wahrscheinlich. Kann auch gar nicht sprinten. Komm noch her erst. Guckst du an, da ist nichts. Geht gar nichts, ne. Ach. Aber. Warte mal auf. Das bringt überhaupt nichts. Da sagst du das. Oh, ne. Das bringt mir ja auch alles nichts hier, irgendwie. Kann man das total machen, was ich will. Das ist das P wohl schon wieder gesagt. Nochmal halt. So, gucken wir mal, was das so blöde Saison getraut sind. Ja, eigentlich. Eigentlich das, was wir ja schon wissen. Kann man ja, wenn du runterfällst, kannst du ja auch nicht irgendwie auf ein... Ne, hier kann ich ja auch kein Portale hinschießen oder sowas. P-Wort. Lars, du musst echt mal jetzt anfangen zu Tee. Ja, das ist fort. Warum? Hm? Dieses Bühne leveler ist geschossen. Das, geht das? Das geht. Nein, das geht nicht. Das ist das nicht. Du bist runtergefallen und hast da aufgedrückt. Oh, Alter. Stell dich mal vor die Tür. Ja, okay. Das lasse ich nochmal gerade ein bisschen liegen. Oder auch nochmal ein bisschen mehr. Ah, ich glaube, ich weiß, was du vorhast. Ja, da so vorbeispringen, das Ding so. Scheiße. S-Wort. Ich zähle mit, mein Freund. Ja, mach das. Das war jetzt nicht wahr geworden. Alter. Das muss irgendwie gehen, ey. Das ist so das Einzige, was mir jetzt gerade... Hey, mein Feld. Das ist bestimmt richtig billig und alle sitzen mit einem dicken Face-Balm vom Computer und heulen rum, dass wir so doof sind, das nicht zu verstehen. Jetzt lauf! Das ist nicht auf. Habt ihr aber voll so angehört. Das reicht auch manchmal schon. Alter. Vielleicht muss er einfach durch die Tür durchgern, weil sie bei Gleis 9,75 Augen zu- und gegenrennen. Das wäre vom Gameplay her richtig witzig. Was ist denn das? Was ist denn das? Jetzt, 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 jetzt bist du nicht reingesprungen. Das gibt's doch nicht. Wenn da unten noch ein paar Teilen wäre, dann könnte ich mich da rüber schießen, aber das muss mir da auch alles nicht. Das kann doch nicht angehen. Das kann doch nicht angehen, dass das, das sind doch oben auch noch Flächen. Kann man da vielleicht irgendwas regeln? Das heißt, der runterfällt, zack, darauf. Ja, das hatte ich ja versucht, dass ich von da aus irgendwie da reinkomme, an den Schalter, aber das hat irgendwie nicht so funktioniert, wie es ist. Trinken wir noch mehr, vielleicht geht das dann. Ich weiß, deswegen habe ich einen genommen. Bei diesem wunderbar köstlichen Porto Amilar von Lidl Regüste Trademark. Das schmeckt schlimmer, als es klingt. Das kann man auch nicht gerade tun. You don't say. Lass mich mal hier rausgehen. Gleich. Ich will mitspielen. Alter. Pass auf, wenn ich jetzt durchkommen, denn... Man bleibt drin! Warum? Weil ich jetzt gerade auf dem Weg nach draußen war. Nee, warst du nicht. Alter. Alter. Das war's. Drück mal den Knopf gleich. Ich bin gerade dabei, also. Was hast du da oben hin? Das bringt aber nichts. Ohhhh. Okay, ey, ganz ehrlich. Ich glaub nicht, dass das so funktioniert. Das wär zu gemein. Kannst du... Pass auf, pass auf, du kannst überall oben die P setzen, ne? Da hinten ist auch noch mal ein Katapult am Ende des Ganges. Wo am Ende? Hier hinten ganz? Ja. Dritten. Ja, das hab ich dir eben schon erklärt. Da kommst du nämlich nur an diesen Knopf hier oben. Ja, aber du kannst doch da ein P setzen, dass du da rausfliegst. Oder so. Oder ging klar. Nein, ich hab hier keine Portalfläche nicht. Verdammt! Ich falle die ganze Zeit drauf auf, es nicht zu sagen. Ohhhh. 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 Alter, diese Passage können wir gar nicht hochladen, ey. Peewood. Diese Passage hab ich gesagt. Schon wieder. Ohhhh. 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 Ich hab keine Ahnung. Ohhhh. 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 Das hat's in den Sinn gehen, dass man jetzt irgendwas machen kann. Außerdem ist es ein Kooperationsspiel. Das heißt, wir müssen in die Kooperation laufen. Fehlt mir immer so einen Meter. Das heißt, es muss anders gehen. Ja. Muss von oben kommen. Kannst du da irgendwo welche setzen? Nee, ne? Kannst du nochmal rauskommen, dann können wir nochmal beide analysieren. Ja, das wär ganz gut. Hm. Wir können hier oben eine Menge setzen. Ja. Aber dann komm ich da ja nicht mehr vernünftig. Also ne? Ich kann ja das Ding dann nur drücken und runterfallen. Da kann ich ja nicht viel dran machen. Genau. Und hier können wir nichts setzen. Deswegen hatte ich ja probiert, das nicht zu machen. Das war ja Fail. Das war ja Fail. Drückst du da bei E, wenn du springst? Nein. Ich versuch da nur so dran zu gehen. Warte mal. So geht das, wo das geht. Hast du jetzt unsere Portale beschrieben? Ja, ich wollte... Irgendwie was probieren. Das war aber behindert. Was hast du gemacht? Ich glaub nicht, dass das so geht. Ich guck, dass du bist viel zu langsam dann. Ja, ist klar. Deswegen hab ich ja gedacht, mit diesen, wenn ich das so mach hier. Und so hab ich dann richtig Speed, wenn ich da nicht gerade dran hängen bleiben würde. Ich hab auch nicht dran vorbeispielen würde. Ich kann jetzt vielleicht durchkommen, ne? Ja, schlecht noch die Thebe, genau. Aber das war Fail. wissen da jetzt rausgesprungen nichts nichts versucht weiter machen wir das da mache ich das spiel gemacht doch die hübschen trotter ja da war ich noch nicht oft so schon das wird funktionieren fast dadurch zu sprechen ich habe immer ein bisschen aber dann nach dieser vorstellung ist wohl der mittelpunkt eine stunde und zehn minuten ja das ist schon fein deswegen schneiden wir das schönste sein aber erstmal hier jetzt schon ok